Ja Leute, ich habe in diesem Studio so laut geschrien, denn Alex hat einfach komplett übertrieben. Er hat bei Wenn ich du wäre, mir die Aufgabe gestellt, dass ich mir ein Piercing stechen lassen muss. Und nicht irgendeins, sondern einfach eins in die Mitte von meinem Gesicht. Und ja, da sitze ich schon beim Piercer, er hat mir die Nadel gegeben und hat gesagt, die stecht er mir gleich durch meine Nase. Er meinte auch, dass es richtig wehtun wird. Ich kann hier leider nicht zeigen, wie es durchgestochen wird. Aber wenn ihr es sehen wollt, dann schaut ihr jetzt den Licketer Bio an. Und da seht ihr auch schon, wie es an mir aussieht.